Ich glaube das kommt noch, ja, ein weiter Wenn ich mal groß bin, ne, dann hau ich dir die Hucke voll So schaut's aus In dem Ach, Mann, Mann, Mann Genau, hier ist eins, was wir töten müssen Aber da drüben müsste noch der andere sein Den Gang hoch, ne, da hinten Auf der anderen Seite geht's ja wieder runter Dann kommen wir nämlich zu dem großen Baum Glaub ich, war ein großer Baum, der uns hilft, ne, ja Drum los, nichts für mich Also die Kette hab ich immer mal eingesackt Haben sie das verdient Als Heiler, aber sicher doch Du hast bei mir nur Minuspunkte gerade gesammelt Ich hätte ja selber einen Heiler nochmal spielen müssen, ey Na, wirst du ja nicht Um mich zu schützen Ach komm, jetzt sei doch nicht so nachtragend Ah, Mist, hab ich zu weit geworfen Ich wusste, dass hier einer rumlungert Ich wusste es Deines Tränengesicht Nicht traurig sein Guck doch, die Sonne scheint schon wieder Was? Bei mir ist dunkel Nein, oh, scheiße Hast du gerade Ja, weil man die da nicht braucht Aber irgendwie versteht der Tank das nicht So wenig wie möglich Oh, Kette Hast dich schon gefreut, oder? Ja, ich dachte, yay Das erste Kettenteil Läuft der andere gerade ganz drum rum? Oder was macht der da? Kann sein Das ist echt übel, was Ja, wenn der Ja, manchmal echt an Schaden Hat der gerade die Bubble gezogen? Weiß ich nicht Ich hatte auf einmal die ganze Agro Dann war's wohl die Bubble Hat sich bestimmt verklickt Der hat bestimmt noch nicht so schnell den Ruhestein gefunden Ich hab Knorren aus Bäumchen Soviel zum Thema Nicht alles Oh, er hat Weile gelegt Und jetzt kommen die Bäumchen Oh, ah Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit Ich habe kein Ziel So Eisenborke Wir haben nicht ihr wie Zeit Wir haben noch keine Zeit Wir haben noch keine Zeit Wir haben noch keine Zeit Ah, er hat gepullt Der Tink hat gepullt Ich bin betäubt Nein Flieht, ihr Narren Los, totstellen Ich hab kein Totstellen Das ist mein Problem Hast du das nicht schon gekriegt? Ja, aber das ist noch voll in Abklingen Benutzt man ja auch nie leichtfertig, ne? Ich muss es ja andauernd benutzen Weil der sich ja totstellt Oder mich da gedönst hat Das fällt immer noch auf Noch nicht bereit Bäm, hab ich's überlebt Ah, ich bin so gut Ach, jetzt können wir ja hier einfach runter I don't know Wieso, Ketteweg nicht? Oh, falscher Knopf Ich wollte ihn auch gerade wiederbeleben Bäm, yeah, vor dem Bäumchen geschafft Aber ich hab's überlebt Ich hab's überlebt Ja, das ist so eine schlechte Angewohnheit von Jägern Was? Überleben Ich hab eiskälte Falle gemacht Und dann hatte ich einen kleinen Moment Dann hab ich Knurren benutzt bei Katze Und dann Bäm, 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 bäm Ein bisschen Schaden kann ich ja zum Glück machen Manchmal Aber nur manchmal Vielleicht auch da lang Vielleicht auch wo? Ich bin da lang Ja, Tank, such sie aus Beides der gleiche Weg Da kommt übrigens was Großes von hinten Was sagst du mir das? Sag, Tank Da kommt was Großes von dir Das hört sich falsch an Ich hab doch meinen Aspekt benutzt Für Euch Woff, woff, miaus, Katze K anywhere Wenn doch nicht gere— ... Und doch nicht gereiunt aaaaaa Duißt, dass da heißt ich dich nicht In Deutschland hast du immer was voll aus böse. Drogen sind schlecht, okay? Okay. Ja, das auf jeden Fall. Immer. Alkohol, Zigaretten, alles schlecht. Immer schön gesund ernähren. Hm. Pizza und so. Da machen wir da und da machen wir das. Ja, dann rausporten, reinporten oder wie? Hier ist doch noch eine Quest offen. Mit diesen komischen Nüttern, glaube ich. Ich weiß noch nicht, wie man das benutzt. Ich habe das hier auch noch nie aufgehen sehen. Gibt es da irgendwas? Gibt es da irgendwas? Wie lang der Gang? Wie ist ein Instanzausgang? Ja, gut, dann port ich mich jetzt raus und port mich wieder rein. Denn so soll es sein. So soll es sein. Ich habe die Instanzgruppe verlassen. Ich habe kein Zehn. Ja, jetzt habe ich wieder meine Zehnprozent. Du hast mehr als Zehnprozent. Das sehen wir gleich. Wie viel Prozent hast du denn jetzt schon vom Erwinden? 21. Ja, siehst du, ich bin bei 23. Das passt doch. Leco mio amokako. Nein. Und ich wollte mich nur rausporten, weißt du? Nur rausporten. Scheiß. Ben Kleister. Schön. Das sind Momente im Leben, die sollte man nicht aufnehmen. Oder. Ja, auf jeden Fall. Das sollte man dir immer wieder und immer wieder und immer wieder zeigen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Mann. Gott. Machen wir erst noch die andere Quest, bevor wir die abgeben, weil die führt uns eh wieder dann mit dahin. Ach komm. Fragezeichen sind gerade hier. Ja, die anderen sind genau daneben, das Feld. Ja, die anderen sind genau daneben, das Feld. Kette. Ich hätte jetzt mein erstes Kette-Teil. Erinnert euch an die Leere. Mögen euch die Winde leiten. Ja, für den Delay kann ich aber nichts. Das ist, also... Daran ist ganz Chibi schuld. Kam der dicke Bär da nicht rüber. Hey, da kommen ja Sachen raus. Boah, du Kürbis. Da kommt ja noch einer. Alle drüben zusammen. Ja, der Drüben hier ist mir auch eine große Hilfe. Verwandelt er sich in Wassergestalt. Nein. Ich bin da auf dem Boden noch. Nein. Meiner war wenigstens Bär. Das ist... Das ist... Das ist eine geile... Mh... Mh... Einfach nur noch peinlich heute. Was ist denn das hier? Wer? Ich rette dich. Heilige Nova. Spam. Die haben nicht viel Leben, hab ich gesehen. Wie viel machst du Schaden damit? Äh, 75. Hallo, Mann. Einer fehlt noch. Hey, das kitzelt, Mann, sagt er. Was? Man sagt ja, hallo, Mann. Was? Er ist noch da drüben. Die Äpfel. Da noch. Verdorbenen Mais. Oder? Ne. Ne, mit dem Mais sind wir durch. Ja, weil wir immer noch so blinken können. Vier Stück. Eins. Zwei. Ich mach mal Aspekt an, Mann. Drei. Oh, die Schilde kommen jetzt schon automatisch von mir, oder? Ja, das ist... Irgendein Talent ist das. Wahrscheinlich das passive. Was ich neu dazu gekriegt habe. Oh, Mann, ey. So scheiße, ey. Geh ich aus der Gruppe raus. Ja, aber jetzt sind wir wieder gleich auf. Klar nicht, du bist höher als ich. Aber so gut wie. Wir sind keine 10% mehr. Du bist höher. Ich kann diese 10% nicht angriffen. Ich kann diese 10% nicht angriffen. Ich kann das nicht angriffen. Ich kann das nicht angriffen. Machst du auch mal was? Ich versuch's, aber ich komm da nicht ran an die Dinger. Nein, der Kaspar-Kopf hier. Ah, hier. Du und deine Bärngesteine. Treff ich... Guckt mit dem Arsch woanders hin und fragt, treff ich ihn? Ja, meiner hüpft da unten als Katze rum. Achso. War jetzt so wieder... Beschwör, deiner, äh, wenn du den anklickst, ne, holt er die ran. Ja, ich weiß. Ja, ich mein, du wär dann ein bisschen schneller. Ich mach das, aber wahrscheinlich holen die die gleichen immer ran. Genau den hat meiner nämlich auch gerade angegriffen. Gut, haben wir dann gefällig. Ach, nein. Ach, nein. Ach, nein. Hallo, Mann. Da hast du Bock zu, was? Ja, Scholo. Ich freu mich auf Scholo. Scholo. Scholo mach ich solo. Okay. Anmeldung für Scholo. Scholo. Okay, Anmeldung für Scholo. Aber sehr vielleicht wollte ich mich ja wieder raus. Und in der Zeit, äh, gehen wir in diese Richtung. In diese Richtung? Warum? Da unten gibt's was zum Abheben. Okay. Du gehst? Warum? Wo willst du denn hin? Ich will hier oben hin. Braucht ihr Hilfe? Ja. Was sind wir schon wieder? Da wo wir abgeben müssen ist ein Greifenpunkt. Dementsprechend fliege ich damit ein Greifenpunkt. Echt? Ist das ein Greifenpunkt? Mhm. Also ich hab den vorhin geholt. Fasst euch kurz. Fasst euch kurz? Was? Die werden sich dann verpissen? Was macht der denn hier? Also ich hab die zwei Quests angenommen und zwei Quests angenommen. Ne. Eine abgegeben und zwei angenommen. Ja, ich bin gleich da. Ach, Bärchen. Kommst doch wieder nicht durch. Wir müssen irgendwie da was da vorne machen. Da ist die eine. Da ist die andere. Das tut mir aber nichts, oder? Ich spür mal so wenig Platz in die Tasche. Äh, sieht nichts aus. Ja, dann mach dir einfach ein Geschild und lauf mir hinterher. Die sterben ja fix. Da ist gerade noch nichts. Na, 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 na. Na, 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 na. Da hast du dein geliebtes Scholo Oh, wollte der einen Link, hat aber nicht geklappt Ja, der Nightbot ist schon ein cooler Der weiß, was er macht und das macht er gut Heute ist echt mein Tag Ich merke das schon Der Unterricht Der ist noch unten Er greift direkt an Einer ist schon tot, das ist gut Er ist wahrscheinlich im Eis hängen geblieben Also ich weiß nicht warum, aber ich habe hier Quests Da droppt schon mal Kette Ja, aber irgendwo Ey, hier drüben ist sogar das Buch Hast du das Buch? Wo ist das? Ich liegt da vorne, genau Genau die Richtung, wo du geguckt hast Hier liegt nichts Doch da, auf dem Dings Ja, genau da drauf Lachst bei mir gerade Liegt dann wohl bei jedem woanders, oder? Da der andere das auch von da genommen hat, glaube ich nicht Du hast aber die Quest schon, oder? Ja Also ich habe hier kein Buch Das Suchen nach den Buchen Nach dem Buchen Ich glaube nicht, dass das ein richtiges Deutsch ist Ach, lass mich Such das Buch Ist da hinten Ach, der Mage sucht das auch noch, oder was? Mhm Ja, der denkt ganz eilig Ja, aber wir wurden hier hinten gerade angegriffen Wo ist denn der? Hier bei mir Der stirbt hier fast Ach, ja Ist das schön Ja Wieso hat man eigentlich schon so viel Leben? 7000 noch was Was hatte man damals mit Stufe 60 erst, oder? Account gebundenes Zeug Bestimmt, oder? Wollen wir mal gucken? Wir sind ja jetzt mal nicht neugierig Ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Acht account gebundene Teile trägt er Sogar eine Heizkette Ich wusste gar nicht, dass man account gebundenes Zeug wiederherstellen kann Oder herstellen kann Man kann's herstellen Ja, hab ich jetzt auch gesehen Das wollte mir letztens noch jemand nicht glauben Dass man das dann einfach wegschmeißen kann, wenn man das mit seinem Mainchar gekauft hat Und dann einfach bei seinem Twink herstellen kann Ach soo herstellen Ich meinte mit herstellen gerade herstellen Achso mit Beruf richtig, oder was? Ja Oder zählt das Herstellen da nicht gemeint für hergestellt mit Beruf? Ne, ich glaube nicht Dass man sonst so Account Zeug und so weiß ich ja auch Erbstücke Hab ich ja ein paar hier Wie man jetzt gerade live sehen kann Also und das sind nur die für meine Klasse Ich finde das auch schön, dass meine Facebook-Leute Unbedingt Allen zeigen wollen, dass sie schreiben können Dass man das hört Live-Stream Ich sag dir ist das Schon tot? Schon tot Krass Platte Palatte War hier früher nicht auch mal ein Buch? Das hat gerade komischerweise für alle gezählt Ach nee Das war nicht für alle gezählt Der Sieg für die hatte für alle gezählt, glaube ich Keltusatz, tiefgründiges Wissen Das haben wir gerade gekriegt Ach so Ja, wir werden müde Die will Kiele zerfetzen Wir werden für eure Zunge bezahlen Meine Liebe Ihr solltet dieses Geschenk, das euch gemacht wurde Willkommen Dankeschön Dankeschön Ich brauche ein Ziel Ach, jetzt weiß ich, warum der so schnell tot war Mönchheitstank Mönchheitstank Der macht halt seinen Todesstoß Wenn der Boss so viel Leben hat wie er Und dann ist es gut Dann ist Ente Und hier ist das nächste Buch irgendwo versteckt Ich halte schon Ausschau Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit Verarschen, warum hält denn der sich hoch? Keine Ahnung Habt ihr vergessen, Mäßchen? Ich bin der Dunkelmeister Ich bin der Dunkelmeister Ich bin der Dunkelmeister Ich bin der Dunkelmeister Oh, hat er mich gezählt? Das hat für alle gezählt Coole Sache Coolio Warum aber das erste nicht? Das verstehe ich auch nicht Jetzt setzt eure hübschen Runenklingen Gegen unsere Gäste ein Und bringt mir ihre Ich kann ihn nicht bekämpfen Ich spüre, wie ihr willet Los, Lilian Das schaffst du Jetzt ist es dann der Zeit Für eure Transformation Lilian Was? Staube, Necromat Schnell Bebärbt, bebärbt Mit Stück gesagt Ist ja auch Und so Oh, liegt das oben Das liegt oben Wir müssen nach oben Da liegt das letzte Buch Ich hab schon gepinkt Oh, der pullt auch alles Scheiß auf Verluste Mein Loot Ja Weißt du, warum ich gerade gefreut habe? Ne, wo ist denn das Buch jetzt? Oben So Das ist eins der wichtigsten Sachen Genau Da, wo der Magier hinschießt Das zählt ja eh für alle Ja Der Tank ist auf jeden Fall super Gut Gut Wir müssen jetzt nur noch den Dunkelmeister töten Doch, können wir aber nicht machen Weil der Tank schon angefangen hat Weil er nicht warten konnte Ach, kommen wir jetzt nicht mehr rein? Nein Das Gitter geht ans Alle stehen sind draußen Nur der Tank nicht Na gut, er hat ihn Anscheinend auch Solo geschafft Na gut, er hat ihn anscheinend auch Solo geschafft Ja 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 Warte, warte, warte Warte, warte Warte, warte Warte, warte Schnell mal was gucken, ja Schade Musst du da mal ganz kurz warten, bitte Ja, ja Wie konnte man Das Fokusziel setzen Man macht einen Rechtsklick drauf Ja, nein Im Makro Das weiß ich nicht Mit Makros kann ich mich nicht aus Ich habe auf meinem anderen Jäger Habe ich eins Irre Dann müsstest du es hier auch haben Weil die Makros accountübergreifend sind Schreib einfach mal slash makro Dann hast du ja die Liste damit Ja, warte, warte, warte Ups Ich hoffe, das geht so So Was ist denn das hier für eins Zack, zack, zack Wir haben dich alle ganz doll lieb Shit Hat der das nicht gezählt? Was? Doch Mach da Sag mir mal bitte gleich Ob du Warte mal Ob du was kriegst Jo Klappt Finde ich super Mit drüben Da oben reitet noch so einer Jetzt abgehauen Hier Wo bist du denn? Ich hab's schon Noch ein Ziel Scheiße, hab ich knorren an Du bist aber auch echt leicht zu verarschen Wieso? Entweder ich klicke's weg Oder ich verblasse Achso Kriegst du gar nicht mit, ne? Nein Irgendwann wirst du's vergessen Irgendwann Ja, dann vergesse ich aber auch wieder die Heilung Das ist die Strafe dafür Das ist ein ewiger Teufelskreis An deiner Stelle würde ich da jetzt noch ausbrechen Nö, ich find den gut Hast du dich nicht in so'n Dings verwandelt? Nö Bin das hässlich Achso, das war nicht unser Mist Achja Ich freu mich auf die nächste AE-Gruppe Ab wann So Da Du Er zwangsläufig schon mal Einen Jäger gespielt hast Nö? Mhm Ab wann krieg ich diesen Irren Schuss Den man am besten nicht in Innis einsetzen sollte? Hm Guck doch mal bei deinen Talenten rein Und da kannst du nämlich auswählen Da hat ein bestimmtes Level Ach Talent ist das? Genau Sperrfeuer mit 90 Oh Dauert ja noch ewig Ist ja voll unnormal ey Da war er Aber es ist schon so Man muss schon sagen Das ist schon geil als Jäger Beim Questen ey Beim Questen auf jeden Fall Und das ändert sich auch nicht Da drüben Questen bleibt als Jäger immer einfach Ich kann jetzt nichts dazu sagen Also als DK fand ich das auch schon Super Na gut, einen DK habe ich jetzt noch nicht so weit gespielt Oha Guck mal an wie groß mein Shopper ist Damit kann ich dein Bär sogar überfahren Kannst du mir gar nichts kompensieren? Ja Nein Ich glaube nicht Bislang habe ich keine Bescherden gehört Gut, Infos die die Welt nicht braucht 40 Gold 40 Silber mein ich Und eine Folge Und ein Video Was ich nicht wegklicke Weil unsere Zuschauer sollen das ja sehen Man kann es auch nicht wegklicken Ich weiß Ich habe reflexartig schon ganz schnell auf SKM gedrückt gehabt Aber das muss ja keiner wissen Also und dann Dann vor euch Nö, das rück ich jetzt nicht weg Ja Dass unsere Zuschauer das sehen sollen Richtig Du bist ein Spaßvogel ey Manchmal So Quest beenden Quest annehmen So Quest annehmen Oh, hier geht es ja echt nur ums Töten, Töten, Töten Ja, ist doch schön Na ja Der hat mein Fokusziel rausgenommen So ein Arsch Machst du die Kleinen, ich die Großen Aber die Kleinen müsstest du ja auch relativ schnell wegnutzen können, oder? Ja Hier mit Heiligen Nova geht das schon Da ist noch eine Gruppe Und ich habe ja hier noch Gehilfen an meiner Seite So folgst du mir ein kleines Stück? Die sind doch recht weit verteilt hier Ich sehe dich aber noch gut auf der Karte Also von daher ist noch kein Problem Da haben wir noch eine Gruppe Du bist meine fette Elfe So, ich habe meine fertig Ja, das sind die letzten beiden hier Auf Wunderbast Ging doch schnell Das war mal auf der Heilung Bing, 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 bing Ich finde das auch schön, dass mein Handy dann sofort reagiert Also, ja man Wir geben ihm nicht eine Sekunde Zeit Um auf Facebook zu gucken Okay, würde ich jetzt gerade auch nicht Ziehen So Daumen hoch Für was denn? Taylor Den habe ich auch vorgeschlagen Mann, Mann, Mann Ach, guck mal hier Eine Stangenwaffe Die können wir teuer verkaufen Ja, Stangenwaffe Ne, ich kann den Ring nehmen 36 Ich glaube Andorhall war auch schon bei Warcraft 3 zu sehen Wenn ich mich nicht irre Warcraft 3 Ich bin dabei Die ist auch in Starcraft 2 vertreten Andorhall? Ja Das ist aber hier dieses kleine Städtchen Ja, ja Ich glaube aber trotzdem da vertreten Ich glaube es Ich bin mir nicht sicher Spielt das auf Azeroth? Ich glaube nicht Ich glaube auch nicht Ich glaube ich habe mich auch gerade mit einer ganz anderen Geschichte vertan Aber das wollte ich gerade nicht zugeben Was ich immer noch nicht will Was kann ich für euch tun Mist Falsch Richtung gesprungen So, was steht jetzt an? Ach guck mal hier Kommen wir auf was schönes Ach, ein Stab Mit Beweglichkeit, Ausdauer und Tempo Mensch, wer braucht denn sowas noch? Außer Mönche Richtung Süden würde ich sagen Ich fliege schon Aber lief, ich kann fly Ja, ja Warum? Ja, aber unsere Befürchtung war wohl richtig Ins Schlingende und Teil kommen wir wohl nicht mehr Keine Höhe Kälte Oh Lädor Kette Stoff Dolch Oh, weh Nehmen wir den Stab Das ist am meisten Geld für So Ich schnapp mir mal eine neue Robe Dann wieder nach oben fliegen, wa? Ist ja gar keine Robe Mann, sehe ich hässlich aus Die Städte der Heiler fliege ich jetzt, ne? Aber hier unten war nichts mehr Da haben wir schon einen Flugpunkt Städte der Heiler Ja, sind wir gerade nach Andorale geflogen Achso, ich dachte, du hast da ganz oben schon einen Flugpunkt Na Dann wäre ich echt stutzig geworden Wie habe ich den gekriegt dann? Du weißt es nicht? Oh Und es ist eine Frage der Folge hier bei uns von der Gilde Ja, ja Aufmautieren Ja Ich dachte, wir kriegen heute noch Gilden Zuwachs eigentlich von Darkie Wo bist denn du? Da Ja Alter Was ist denn mit deinem Mammut los? Mach mal einen Platz frei auf deinem Mammut Äh So, bitteschön Dann könnte ich mal eben hier Darkchild vielleicht in die Gilde einladen Du gehst ja irgendwie unter Ach, ist er Ich weiß es nicht Ja Oh, wir werden angegriffen Du machst das schon Ach, hat er immer komplizierte Namen, du Ja, das Problem ist, du bist nicht auf Mautin Aber Jetzt bist du Danke Hä? Ah, fuck Wurde nicht gefunden? Habe ich das schon wieder falsch geschrieben, oder was? Ist er überhaupt online? Ja Dann hast du es falsch geschrieben Du musst daran denken Die silberne Hand Ach, ja Muss ich da einfach ein Minus hinterschreiben, oder was? Ich Glaube Der neues Mitglied Und die silberne Hand Zusammengeschrieben Ach da, schlägt er schon vor Gehört bereits zu einer Gilde, was? Ach, das ist, ähm Ja Nicht der Twink Ja, dann Sag mal hier, komm Komm, Alter Lock mal um, ey, Alter Also ich hab die Quest schon angenommen Du kannst dann auch auf Folgen gehen Ich mach dann Ich versuche dich auch nicht zu verlieren Dann musst du mal den Aspekt ausmachen Ich hab gerade was Ach, shit Ja, wir haben ein anderes Problem Wir brauchen erst das Pferdchen Ach, so Ach, so Du musst eben auf Maut hin Also da Folgst du deine Mann? Folg ich noch? Nee Jetzt? Kann ich gar nicht Oh, das ist doof Das bleibt immer noch auf So, zwei Sekunden eben Ich hab die Quest schon fertig Ja, sie hat das gemacht Hast du sie auch fertig? Müssen wir hier nur Spinnen verscheuchen, oder? Ja, ja, die ganze Zeit nur Bumm, warte, bumm Geht voll schnell Das ist immer noch auf Das ist ein Zauberer Das ist noch nicht bereit Das kann ich noch nicht wirken Und dann Schellen wir Tollwügtige Füchse töten Ja, die hab ich gerade schon gesehen Ja, ich seh sie auch Aber ich bin ja so nett Ich warte hier auf dich 25 Ja, dann machen wir das Mit dem Indian World Und unserem Dark Child Ein andermal Ja, soviel ich weiß Wollten wir es ja eigentlich Sollte es eigentlich Gestern schon Gewesen Und nein Müssen wir immer noch Auf den Pferden reiten? Nein Kannst du ab Maut hin Sollen irgendwelche Spinnen Noch zum Sägewerk locken? Ja Ich wollte gerade Füchse töten Ich hab mich dumm angeguckt Die wollen aufs Maul Das find ich ja gut Du hast die Quest abgegeben Und schon die neue angenommen Da war Eine neue, ja Ja, ich hab das noch nicht gemacht Ich hab die noch nicht abgegeben Auch keine Aber das Feld hat auch keine neuen Fähigkeiten Und wieder zu bekommen Ich kann nur Viren Aber das scheint nicht gefragt zu sein Das ist zu weit entfernt Du weißt, dass du das Vieh da eigentlich erst dann benutzt, wenn du keine Mana mehr hast, ne? Echt? Ja, das gibt der Mana wieder Ja, das ist ein Ra-Mob Ich bin außer Raichwein Ich bin außer Raichwein Ich bin außer Raichwein Ich bin außer Raichwein Warte Haben die für dich gezählt? Ja Echt? Beide? Oh ja, gut Gebornt Seid gegrüßt Siehe den Ehren Das mit dem Pferd macht man jetzt nichts mehr machen, hast du mir gesagt? Glaube nicht Müssen irgendwie Spinnen anlocken oder so Können wir mal gucken Oder gibt es da irgendwas anderes, was man benutzen kann dafür? Hier ist WoW heißt die Quest In Klammern Wald ohne Wildspinnen So, doch mit Viren benutzen Bereit zur Abgabe, ja, ich weiß So, viele Quests fertig Ja, doch mit Viren Müssen die dahin Viren, oder was? Weiß es nicht Probier es mal Oh ja Ja Anscheinend So, zwei auf einmal Komm So, fünf Nüff So, die letzte kommt Wie, die letzte? Ja, eine müssen wir noch Oder nicht? Ich nicht Achso, zwei Na, da sind sie Das haben wir Ne, ich noch nicht Quest abgeben Kann ich noch nicht wissen Hat für dich nicht mitgezählt, oder was? Hast du vielleicht kurz zu weit weg Mir fehlen noch zwei Dann helfe ich mal jemand Hier sind doch welche Du brauchst nicht so weit Ich versuche mal so, dass ich dir jetzt gerade laufen muss Ich würde sagen Wir könnten nach dieser Quest auch eigentlich wieder einen Päuschen anlegen Beziehungsweise Feierabend machen Dann haben wir drei Stunden voll Und das sollte erstmal genug WoW sein für einen Abend, oder? Wie sie wünschen Gut Aber ich finde ich Können wir uns hier irgendwo unterstellen, oder so? Ich glaube nicht Oh, schon wieder einen So, aber Quest habe ich schon mal angenommen Ich glaube, hier gibt es keinen Quest raus So, wir müssen uns irgendwo anders hingehen, ne? Ne, okay Auch gut Äh, ja Was machen wir? Gehen wir oben noch zum Flugpunkt Holen wir uns den noch Gehen da ins Gasthaus Na gut, machen wir das so Das hilft uns wenigstens beim nächsten Mal noch ein bisschen Im Voraus Na gut, dann haben wir wieder sechs Level geschafft, Leute Haben wir letztes Mal auch, ne? Aber wir waren heute ja schon ganz gut dabei Ja, was auf jeden Fall wichtig ist für das nächste Mal In der Stadt gehen und das schnelle Reiten holen Ja, das ist auf jeden Fall richtig Wie man hier rumguckt Oder das wirkt nur halt sehr langsam, weil ich so groß bin Nee, es geht tatsächlich noch schneller So Was hast denn du gemacht? Da hinten ist ein Greifenpunkt Ja Ich habe ihn gerade noch gesehen auf der Karte Hier bei mir Wo befindet sich denn das Gasthaus? Hier, ist es das da? Nein, das ist die Bürgermeisterhütte oder so Wir werden es sehen Also das hier ist es nicht Nee, hier erholt man sich nicht Der meiste ist ein Briefkasten vor, ne? Briefkasten? Briefkasten? Kein Briefkasten, kein Briefkasten Dann würde ich das hier mal ausprobieren, das Gebäude Welches? Da war ich gerade drin Achso Da war ich gerade drin Und das war es nicht Anscheinend gibt es hier auch kein Gasthaus Nun gut Dann locke ich mich hier bei der Burg aus So, und gucke nach draußen So Dann verabschieden wir uns mal recht herzlich Und vielen Dank fürs Zuschauen Jo, bis zum nächsten Mal Bye